Wir freuen uns sehr, Ihnen ankündigen zu können, dass der diesjährige Medienbildungstag am Seminar Nürtingen am 14. November 2024 stattfinden wird. Freuen Sie sich auf innovative Mitmachangebote zum Medieneinsatz in der Grundschule. Vom Coding und Programmieren über EduBreakouts, Learning Apps, Makerspace, KI und Virtual Reality erwartet Sie ein vielfältiges und höchst interessantes Angebot.